So, Tropical Eastland, äh Quatsch, Paradies meine ich, Tropical Paradies, ich suche immer noch irgendwas hier, äh, in diesem Raum, irgendwas mit einem Geheimnis, oder dahinten ist das olle Ding da, aber ich habe noch letztens hier unten drunter, wo war das, hier was mit Redstone entdeckt, oder? Ich lass mich doch mal hier durch, da muss ja irgendwo ein Schalter sein, wo du hier, was du machen kannst, ich weiß nicht, wo das war mit dem Redstone, hm, da guck ich mal rein hier in die Kuh hier, äh, da ist ein Knopf, äh, sieht man aber auch kaum, ne, also da muss ich schon sagen, sehr gut versteckt hier, diesen Knopf, na, gehen wir mal rein hier in die Kuh hier, juhu, mensch, ach, ich krieg ja, ich find hier gar nichts mehr Neues, diese, diese Abteilung hier, was ist denn das, ah, ne Lore, kann ich mir hier ne Lore nehmen, ich darf erstmal diese, dieses Ding hier kaputt machen, ja, wo wird mich das dann hinführen, da müssen wir mal, ach, hier ist noch ein Schalter, ist der echt, hab ich jetzt ne Lore, ach ja, immer klötzen, eh die hier, drauf gehst, so, hopp und auf geht's, jawohl, Strecke aktiviert, so, ne, komm, fahr, 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 und ich hatte ja echt langsam die Strecke, wo hätte ich vielleicht doch dann da oben mal, anfangen sollen, wa, hmm, gucken wir mal, ob wir noch hier bis vor kommen, aha, das kommt, komm, 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 schaffst du, jetzt, äh, ja, ja, oh, ich brauche, oh, wie ist denn, au, oh, oh ne, was ist denn jetzt, wie jetzt schon wieder in dieser Basis, ach, ne, warum ist denn das jetzt hier ab, warum bin ich jetzt hier abgestürzt, ach, hier ist mein, hier ist ja mein Teil, ach, hier bin ich jetzt, Achso, warte mal. Jetzt nehme ich mir hier das Teil hier mal mit. Komm her. Genau und jetzt gehen wir hier drüben rein. Na, gucken wir mal, wo wir da rauskommen. Und jetzt los. Oder auch nicht. Ah. Und gerade geht's. Na, oben nicht. Na, komm. Das ist ein langsames Gefahr hier. Ja, ey. Jetzt tut sich, glaube ich, was. Huh. Ach, was ist jetzt? Was zum... Wie geht es jetzt weiter? Oh, nee. Jetzt bin ich wieder hier irgendwo... ...gelandet. Und nochmal von vorne. Wo ist das denn jetzt schon wieder? Hahaha, scheiße. Achso, jetzt... ...dass ich draufgeblieben bin jetzt, oder was? Was ist denn jetzt hier? Wo gefahren? Ach, wo bin ich jetzt wieder gelandet? Hier. Achso, wenn ich jetzt hier lang fahre, dann... ...kommt's auch selber raus. Also komm, jetzt gehen wir mal hier... ...komm, geh mal jetzt... ...lass mich doch mal hier raus aus dieser böten Bahn. Oh, Mann. Endlich, ey. Oh. Und starten. Ich nehme das Ding mal mit hier. Wo ist jetzt die Lore? Ach, hier. Ich will mal hier gucken. Wie sind wir jetzt wieder gelandet hier, Mensch? Alter, haben wir zu. Ist man hier woanders gelandet? So, was ist jetzt das hier? Einer dieser Hebel... ...wird die richtige Strecke freischalten. Achso. Okay. Was kam jetzt hier rausgeflogen? Gucken wir mal rein. Ach, ne Lore wahrscheinlich wieder. Gut, okay. Dann haben wir ja noch ne Lore dabei. Einer dieser Hebel. Ne prima. Welcher Hebel jetzt? Achso, da muss ich jetzt hier dauernd... ...eine Rolle drehen wir mal oben. Und dann werden wir merken, wa? Gehen wir mal runter. Zack, zack. Zack. So, okay, dann... ...gehen wir hier drauf. Rein mit hier. Und ich drück jetzt hier mal drauf. Und dann... Los. Und guck mal mal. Au. Wo es lang geht. Ich glaub das immer genau wie... Aua. Endlich die richtige Strecke in die Freiheit. Achso, hab ich ja. 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 Doch nicht. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich kümmere hier das... ...wieder aussteigen aus diesem tollen Boot. Gibt's hier noch irgendwas? Brauchen das? Nein! Na, wo bin ich denn jetzt wieder gelandet? Ja, Mensch. Ich nehme das Boot hier mit, äh, das Teil. Ja, wo bin ich denn jetzt? Das Haus ist, äh, das ist ein Haus. Ich suche es am besten. Alter. Ja, eh mal zukomme ich woanders lang hier. Hier passiert nix, oder? Ist jetzt irgendwas aufgegangen? Wo ist denn das? Wo bin ich denn jetzt? Ich wüsste jetzt nicht, dass was aufgegangen wäre, okay. Da hinten ist noch ne Truhe. Dann tun wir mal die Flasche zu knallen. Kann man hier nicht nur mal so ein Schiff reinhauen. So, ich mein, so viele Schiffe brauch ich jetzt auch nicht hier, ne? Ach so, das war die Bahnstrecke. Dann müssen wir hier mal rausgehen, ja? Ey, wo sind wir jetzt gelandet hier? Mensch, das ist ja toll. Küche. Hier draußen ist wahrscheinlich ein Pool. Ich guck erst mal, ob hier irgendwas noch. Rauschen, das ist hier irgendwie. Geheimtür oder sonstiges? Ne. Mal gucken wir mal hier raus. Dann lässt du mich halt mal raus, oder was? Vielleicht komme ich durch die Kanalisation, der Schacht muss in der Küche sein. Nun, wie komme ich, äh, die Türen auf? Es müssen hier im Haus mehrere Schalter versteckt sein. Jetzt hab ich doch die Türen auf. Ach, guck mal, hier ist doch eine Kanalisation, oder rauswärts, oder sonstiges. Guck dir mal hier, was ist denn hier? Ein Boot, ein Boot, hier war ja ein Boot. Gut, das ist ein Schiff, ich bin gerettet, endlich komme ich von dieser Insel. Na, wie komme ich dort nach unten? Und da hier kommst du selber? Ja, na, hier unten war doch ein Ding, ein Loch. Warte mal. So, hier. Achso. Das geht nicht, da ist ein bisschen... Das ist ein bisschen zu schmal. Ist das hier unten? Halt? Ist da irgendwas hier unten? Nee. Hm, das ist ein bisschen zu schmal. Oh, das muss aufdauen. Ach, schade, komme ich nicht raus. Schade. Muss ich doch aus dem Haus noch durchwühlen. Ich meine, es kann ja doch nicht sein, dass es nicht vorbei ist, ne? Jetzt hat das angefangen hier. Gehen wir hier mal rein. So, gucken wir mal hier hoch. Küche gibt es nämlich auch keinen Schalter hier dran. Was steht denn hier? Gästeschlafzimmer. Ach ja, das ist so ein kleiner Balkon hier. So, hier haben wir das Gästeschlafzimmer. Ach, hier ist ein Schalter. Den brauchen wir jetzt nicht. Ach, und eine Truhe. Wunderbar. Diesen Schalter mal bedenigt. Und jetzt gucken wir mal, was dann jetzt hier passiert ist bei diesen Schalter, gell? Die Bibliothek. So, wo bin ich jetzt gekommen? Achso, hier. Küche ist jedenfalls nicht auf. Und ich gucke jetzt mal hier. Ob sich hier irgendwas getan hat? Nee, hat sich nichts getan. Oh, schade. Und der hier auch nicht, ne? In dem Loch hier? Nee, dann müssen wir mal rauf. Also, mal rauf. Wieder rauf. Das Geheimnis. Gibt weiter. Gästeschlafzimmer. Den Schalter habe ich betätigt. Und dann gehen wir mal da lang in die Bibliothek. Was gibt es in dieser Bibliothek denn schönes? Man hier? Mhm, mhm. Ich muss jedenfalls... Ah. Ja, Schalter versteckt sein. So, jetzt habe ich diesen Schalter betätigt. Ach, hier ist noch eine Truhe. Sehe ich gerade. Noch eine Truhe. Hä? So, und was ist denn hier noch? Ach, das war die Truhe eben. Gewiesen. So, ach, hier ist ein Kamin. Ist auch schön, ne? Gut, dann gucke ich mal, was er jetzt getan hat mit diesen Schalter. Ist das auch noch irgendwo, oder? Ist hier irgendwas? Nee. Also, hier, wer, hier. Hat sich hier irgendwas geändert? Nee, ach, hier kann man auch noch raufgehen dann, ne? Na gut, dann gucken wir erst mal unten, ob sich jetzt irgendwas geändert hat. Die Küche ist jedenfalls immer noch zu. Büro, wollen wir da schon mal gehen? Oh, nee, das Richtige wieder, dort draußen, cool. Was, ich, ich, ich gehe mal da hinein. Nee, ich will erst mal gucken hier draußen. Ob sich irgendwas... Nee, hat sich nichts geändert, ne? Gut, dann. Die Opa auch nett, oder? Nee, sieht nicht so aus. Gut, dann. Ich glaube, da muss ich erst das ganze Haus durchfrosten, ne? Achso. So, dann gehen wir rauf hier. Wo machen wir denn die Bibliothek, brauchen wir jetzt, ne? So, Gästezimmer, jetzt gehen wir mal hier rauf. Was steht denn hier? Wohnzimmer. Eingangshalle. Schlafzimmer. Ah, ja. Ach, wieder ein Schalter, sehr schön. So, was hat immer dieser Schalter jetzt sich getan hat? Ah. Das wissen wir ja nicht. So, Eingangshalle. Hier muss ich ein bisschen Licht anmachen können, ja, Jungs, ne? So, auch schön hier, ne? Gebaut. Komm, lass mich mal hier rein ins Loch. Da ist nämlich eine Kiste. Na, geh her. Ja, ich hab's. Sehr schön. Und mehr war ja nicht, ne? Also diese... Kiste. Ne, ich glaub, mehr ist hier nicht. Nein, mehr ist hier nicht. So, gut, dann. Sehr schön, muss ich sagen, hier angelegt. Gehen wir hier mal rein. Was haben wir hier? Badezimmer. Aha. Hier eine Truhe. Sodala. Und hier ist die Dusche wahrscheinlich. Auch schön, ne? Und da hier. Das Bad. Mal spülen. Was ist jetzt für eine Tür zugegangen? Hm. Man weiß. So. Gut, dann haben wir hier alles. Dann habt ihr vor, war das wohl mit diesen Büro? Ach, Schlafzimmer. Oh Gott, ne. Es geht nicht so los. Es geht nicht so los. Ach, hier war das. Gästezimmer. Ach, ne, hier war das nicht. Moment. Bibliothek. Hä? War denn das jetzt gewesen? Jedenfalls so unten, das schaut immer noch so aus, als durfte ich nicht mitfahren. Ach Mensch, wo war denn das jetzt? Das Zimmer? Ist das schön oder was? Die Küche ist jedenfalls noch nicht auf. Ach, hier, Büro. Genau. Ich gucke noch mal schnell raus. Jedenfalls wird es jetzt dunkel. Ach, shit. Mir hat sich nichts getan hier. Ich komme auch nicht rüber hier. Hier ist auch noch alles beim Alten. Ja, da gehen wir mal. Vielleicht sollten wir erstmal hier in so ein Bett reingehen. Wie ist denn das jetzt? Büro. Küche. Wo war das hier? Gästsitzschlafzimmer. Genau, da lege ich mich mal hier in so ein Bett rein. Vielleicht ist es ganz sinnvoll, wenn es hell wird. Oh Gott, was steht denn hier alles? Ich mache das gleiche. So, dann ist es jetzt hell und ich gehe jetzt mal in dieses Büro hier unten rein. Genau. Gucken wir mal, was da passiert. So, hier ist jedenfalls eine Truhe. Drei Bode. Na ja, eins hat man eigentlich jetzt auch gelernt, oder? Ich weiß nicht. Diesen Schalter habe ich jetzt hier jetzt schon bededischt. Ach ja, den habe ich glaube ich schon bededischt, gell? Gehen wir mal hier. Ah, das ist ein Haus. Ist du so am besten? Das ist schon wieder hier so ein... Teil. Wo ist denn jetzt? Wo ist denn meine Lohre jetzt abgeblieben überhaupt? Da fahren wir aber wieder mit dem Boot. Ach so, dann komme ich jetzt... Hä? Ach, hier komme ich von raus, glaube ich. Oder? Wie komme ich hier vorn an? Ja, hier komme ich vorn an. Ah, ist wieder raus. Ich habe immer noch hier dieses... Dieses Rätsel mit dieser Küche hier, gell? Wo komme ich hier bei dieser Küche rein? Irgendwo? Ja, das ist ja noch irgendwo so ein Schalter vielleicht, oder? Bütig. Na ja. Das Rätsel bleibt uns verborgen. Das heißt, wir müssen leider erforschen hier. Leider erforschen. Diesen Schalter habe ich. Ist nichts mehr schaltermäßig. Gut, dann wäre ich sagen, ich werde diese Folge jetzt hier erstmal beenden. Also nächstes Mal werde ich auch die Wände genauer klötzen. Das hat auch so ein heller Stein hier rumlummert. Und ich kann ja nicht drücken, wirst du? Und ich werde jetzt hier diese Folge erstmal beenden und hier geht es auch das nächste Mal weiter. Und tschüss.